Per Erodan 3164 Lloyd und das Kau Faktum von Michael Markus Turner Gelesen von Renier Barken Die Hauptpersonen Fellmer Lloyd, der Telepath hält sich gerne an Grenzen Ivoa von Katranath, die Akonin nascht gerne Julian Tiflor, der Terraner sucht ein Artefakt Orta da Zeazem, die Akonidin misstraut dem vereinten Imperium Galip, Feneriks Abgesandter wird aktiv Aktivatorträger in tiefer Vergangenheit Sie kämpfen gegen die Sendboten des Quintarchen In der Milchstraße schreibt man das Jahr 2072 NGZ Dies entspricht dem Jahr 5659 nach Christus Über 3000 Jahre sind vergangen, seit Per Erodan seiner Menschheit den Weg zu den Sternen geöffnet hat Noch vor kurzem wirkte es, als würde sich der alte Traum von Partnerschaft und Frieden Aller Völker der Milchstraße und der umliegenden Galaxien endlich erfüllen Die Angehörigen der Sternenvölker stehen für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein Man arbeitet intensiv zusammen Doch entwickelt sich in der kleinen Galaxis Cassiopeia offensichtlich eine neue Gefahr Dort ist Fenerik gestrandet, ein sogenannter Chaoporter Nachdem Per Erodan und seine Gefährten versucht haben, gegen die Machtmittel dieses Raumgefährts vorzugehen Bahnt sich eine unerwartete Entwicklung an Fenerik stürzt auf die Milchstraße zu Was das genau bedeutet, weiß noch keiner Die Völker der Galaxis beschließen unter dem Druck der Gefahr und der Erkenntnis ihrer eigenen Bedürfnisse, sich enger zusammenzuschließen Per Erodan und Adlan gelingt es mit einem riskanten Bluff, den Quintarchen Farbaut von der Rast Schubei zu vertreiben Kurz darauf kommt es zu einem beispiellosen Ereignis In dessen Zentrum stehen Lloyd und das K.O. Faktum Farbaut hockte in Dunkelheit Sie umgab ihn und umschloss ihn Sie war alles, was zählte in diesen Sekunden oder Stunden der Kontemplation Schritte näherten sich Sie tönten auf kaltem Boden und heilten laut Farbaut richtete seine Blicke auf das Wesen, das in schummriges Licht getaucht war und die Wärme der Dunkelheit schmerzhaft deutlich zerriss Galib, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein Zusammentreffen Du selbst hast mich herbestellt, Farbaut Aber nicht jetzt Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt um Er winkte ab Es tut nichts zur Sache, was ich möchte, nicht wahr? Wir alle sind Teil eines Spiels, auf dessen Regeln wir kaum Einfluss haben Wenn du es sagst, Farbaut Du bist der im Glanz Der andere blieb stehen Wenige Schritte von ihm entfernt Ja, der bin ich Farbaut kam aus seiner Hocke hoch Ich habe eine Weisung für dich, Galib Nutz das K.O. Faktum und geh in die Vergangenheit Dort bringst du in Erfahrung, was wir wissen müssen Und wenn nötig, änderst du einiges Du willst das wirklich, Farbaut? Ich habe dich nicht herbestellt, um meine Anweisung zu diskutieren Er stampfte mit einem Fuß auf Die Dunkelheit, die ihn umgab, verlor ein klein wenig von ihrer Macht Gehorche und tu, was ich dir auftrage Galib neigte den Kopf ein wenig Selbstverständlich, der im Glanz Ich erledige, was notwendig ist Das K.O. Faktum ist bereit Der andere wandte sich ohne Gruß ab und verließ den Raum Das Licht, das ihn umgab, wurde weniger und verschwand schließlich ganz Die Dunkelheit Phenerix hatte Farbaut wieder Er versenkte sich darin und beschloss, für eine Weile alles zu vergessen Was mit Pererodan und dessen Gefolgsleuten zusammenhing Kapitel 1 Arkons Glanz Willkommen Julian Tiflor ging mit steifen Schritten auf Reginald Bull zu Fellmer Lloyd merkte ihm dennoch die Freude an, seinem alten Freund wieder zu begegnen Tiflors Augen glänzten und er deutete jenes verwegene Grinsen an, das selbst Arkonidinnen entzückte Die beiden alten Freunde reichten einander formell die Hand, zögerten kurz und pfiffen schließlich auf alle Etikette Sie umarmten sich Lloyd wartete geduldig, bis er an der Reihe war Er bekam von Tiflor einen kräftigen Händedruck Mehr hatte der Marschall des Vereinten Imperiums nicht für ihn übrig Sie respektierten einander, sie waren Teil des inneren Zirkels rings um Pererodan und hatten bereits dreimal Zellduschen zur Verlängerung ihrer Lebensfrist erhalten aber sie waren keine Freunde im engeren Sinne Lloyd blieb ohnehin am liebsten auf Distanz Seine Gabe als Telepath brachte es mit sich, dass er mit viel zu vielen Menschen viel zu viele intime Geheimnisse teilte Wie war die Reise, Vize-Groß-Administrator? fragte Tiflor Bull Hören Sie mir bloß mit diesen verdammten Titeln auf Bull schüttelte den Kopf Mag sein, dass sie einen gewissen Zweck erfüllen und dem offiziellen Rahmen des Imperiums nötig sind, aber Ich bin froh, wenn ich meine Titel nach getaner Arbeit ablegen und zu Bulli werden kann Tiflor sah bedeutungsschwer nach oben Zum samtenen, karmesinroten Baldachin aus langem Naturhaar, der von einer Luftbrise gestreichelt wurde und Wellen schlug Er behielt den Blick bloß für einige Augenblicke bei, aber Lloyd verstand sofort Bull ebenfalls Sie wurden abgehört Selbst im Vorhof der terranischen Vertretung auf Arkon II wurden sie beäugt, belauscht und ihr Verhalten analysiert So war es nun mal auf den Tigerranton, den drei Heimatplaneten der Arkoniden Bull nickte Natürlich, sagte er leise Wenn man derartige Freunde hat, braucht man sich vor seinen Feinden nicht zu fürchten Lassen Sie uns das Wiedersehen begießen Schlug Tiflor vor und bedeutete ihnen, ins Innere der Repräsentanz zu treten Lloyd hörte sich routinemäßig mithilfe seiner besonderen Sinne um Er bekam den üblichen Brei aus profanen und meist langweiligen Gedanken vermittelt Es erforderte Konzentration, das Unwichtige in den Hintergrund zu schieben Und nach dem zu suchen, das bedeutend sein konnte Was für ein Fraß das heute Mittag wieder war Reginald Bull ist noch kleiner, als ich geglaubt hätte Der reicht mir ja gerade mal bis zum Bauchnabel Der andere untersetzte Kerl ist Fellmer Lloyd Ein Gedankenspürhund Ich darf bloß nicht daran denken, dass ich mit Gärfle geschlafen habe Ausgerechnet mit der Frau meines besten Freundes Wenn ich Tiflor anrede, mache ich Bull aktiv auf mich aufmerksam Er wird sich später an mich erinnern Das macht einen guten Fuß bei der Karriereplanung Bloß nicht an Gärfle denken, bloß nicht Seit vierzehn Stunden stehe ich mir am Eingang die Beine in den Boden Ich hätte niemals im außerplanetarischen Dienst anheuern sollen Gärfle, Gärfle, Gärfle Banalitäten Wie immer drehte sich fast alles um Essen, Sex und Karriere 99% aller Gedanken waren Ausschussware Sie zeigten Lloyd seit nunmehr über 150 Jahren Wie einfach Menschen und andere Lebewesen doch gestrickt waren Sie schlenderten einen römisch-dorisch anmutenden Säulengang entlang Und betraten das Vestibül der Repräsentanz Architekt und Baumeister des Gebäudes hatten sich bemüht Dem Prunk arkonidischer Häuser etwas entgegenzusetzen Und dafür pompöse Architekturbeispiele der terranischen Geschichte zitiert Sie schwiegen, während sie einen Treppenabsatz hochstiegen Mehrere leicht bewaffnete Soldaten passierten Und schließlich in einen Büroraum gelangten, der vergleichsweise kühl wirkte Tiflor entspannte sich sichtlich, wie Lloyd bemerkte Hier funktionieren die Abhörsicherungen optimal, sagte der Marschall des Vereinten Imperiums Er winkte Bull und ihm, auf bequemen Couchsesseln Platz zu nehmen Ich hatte schon befürchtet, sagte Bull, dass unser Verhältnis zu den Arkoniden nach wie vor angespannt ist Aber sind Ihre Vorkehrungen wirklich begründet, Julian? Wir überprüfen unsere Arbeits- und Aufenthaltsräume allein routinemäßig jeden zweiten Tag Tiflor ließ sich von einem Arbeitsroboter bernsteinfarbene Flüssigkeit einschenken Und bedeutete dem Maschinenwesen, zwei weitere Gläser zu füllen Sie sind höchst einfallsreich, unsere arkonidischen Freunde Wir fanden Wanzen in unter den Tischen geklebten terranischen Kaugummis Kleine Silberfischchen in den Sanitäranlagen, die Richtmikrofone umgeschnallt hatten Sender in Lebensmitteln, die von unseren Angestellten verzehrt wurden und sich in der Leber ablagerten Widerlich! Bull schüttelte den Kopf und nippte an seinem Getränk Seine Mine hältte sich auf Lloyd verstand, warum Der Whisky, den Tiflor auffuhr, schmeckte aromatisch und torfig Mit einer leichten, kaum spürbaren Salznote Vermutlich stammte er von einer der schottischen Inseln Es ist ein Spiel, Tiflor grinste Wie Sie wissen, sind zehn Prozent der terranischen Belegschaft ebenfalls in Außeneinsätzen tätig Manchmal wünschte ich mir, es wären mehr Seitdem Atlan vor gut zwei Monaten als Imperator zurückgetreten ist, hat sich auf Arkon einiges geändert Gibt es offene Feindseligkeiten gegen Sie und die Mitarbeiter? Fragte Lloyd Sie haben die Billetains gelesen, die ich verfasst und nach Terra geschickt habe? Selbstverständlich Und natürlich auch das, was zwischen den Zeilen zu lesen war Deshalb hat Mersend mich gebeten, Bull zu begleiten Lloyd nickte in Richtung des Vize-Großadministrators Aber mir geht es nicht um all die diplomatischen Streitigkeiten oder Spannungen an und für sich Ich möchte wissen, wie es sich auf den arkonidischen Welten anfühlt Glauben Sie, dass Terraner und Arkoniden zusammenwachsen können? Oder sind die Ressentiments zu groß? Offengestanden? Ich weiß es nicht Tiflor nahm einen weiteren Schluck Whisky Das vereinte Imperium mit Arkoniden und Terranern als den tragenden Säulen ist eine großartige Idee Aber wir dürfen weder die politische Stimmung auf den terranischen Welten außer Acht lassen noch die in den wichtigen arkonidischen Kasorn Viele der Herrschaftshäuser haben kein Interesse an Politik und geben sich viel lieber ihrer Dekadenz ihren Spielen, ihren internen Rangeleien hin Es gibt sehr wohl Figuren auf dem hiesigen politischen Parkett, vor denen man sich in Acht nehmen muss Denkt daran, dass die Arkoniden mehrere zehntausend Jahre Zeit hatten, um sich im Intrigenspiel zu perfektionieren Bulli nickte, trank den Whisky in einem Zug aus und füllte sich selbst nach Irgendwie hatten wir uns das alles viel leichter vorgestellt, als wir begannen, ins Weltall hinauszugreifen Damals, mit der Installation der dritten Macht, du meine Güte So kompliziert wie es heute ist zwischen Arkoniden, Arkonen, Pospis, Topsidern und all den anderen Völkern Schlimmer kann es nun wirklich nicht mehr werden Womit wir beim Thema wären Tiflor lächelte Ich muss sie auf ihre Auftritte am arkonidischen Hof vorbereiten, Bulli Ich weiß längst alles, was wichtig ist Bulli winkte ab Wer wie genannt werden muss, wen ich wie einen Gleichberechtigten und wen ich von oben herab behandeln sollte Wessen Frau ich die Hand küssen darf und wessen nicht Was sie zu wissen glauben, sind bloß die Grundzüge der arkonidischen Etikette, Freund, glauben sie mir Auf sie wartet die Hölle, die arkonidische Hölle Und die ist sogar deutlich komplizierter aufgebaut als das spanische Hofprotokoll vor tausend Jahren Bulli murmelte einen Fluch zwischen weiteren Schlucken vom Whisky, den Lloyd noch nicht gekannt hatte Obwohl ich eigentlich alle Flüche des Universums schon mal in irgendwelchen Gedanken gelesen haben sollte Tiflor richtete sich auf und bot Lloyd eine Zigarette an Der nahm sie dankbar entgegen Zu Bull, sagte Tiflor Der arkonidische Hof ist voll mit Tretminen Wir müssen größte Vorsicht walten lassen, wollen wir das Verhältnis zwischen Arkon und Terra nicht weiter verschlechtern Ich bitte Sie, Bull Hören Sie auf mich Verinnerlichen Sie die Regeln, die ich Ihnen in den nächsten beiden Tagen beibringen werde Ich habe über 60 Jahre Erfahrung im Umgang mit unseren Freunden Am 8. März, also in drei Tagen, sind wir zu einem Willkommensbankett beim Miro da Minterol Am 8. März, also in drei Tagen, sind wir zu einem Willkommensbankett beim Miro da Minterol